We gotta turn things around! In Pantagruel bei unserem Charly-Trupp und unser Charly ist hier am Start hat beim letzten Mal die Region um das Vordell im Erwachsenen Amüsierbetrieb ich verweise hierbei auch nochmal auf das sehr schicke Vordell, das wir in Our Chicken Police gesehen haben. Ich kann die Folge nur empfehlen ich verlinke sie euch oben in der Karte ansonsten Yo! Hier sind wir haben entsprechend hier alles bebreit, erfahren dass Molly weg ist da wissen wir schon wo sie ist aber wir haben hier vor allen Dingen drei müde Söldner und Barry hat ein Level bekommen und da wollen wir uns zuerst Barry zuwenden Söldner Info, Barry Stufenaufstieg Barry der Mann der alles kann auf jeden Fall Cap'n Granate würde ich sagen und ja er hat hier riesen Werte da kann man ja nichts sagen und und die Rückstoßkontrolle dass er hier entsprechend tiefer gehen kann Beinhart, plötzlicher Schlag all dieser Kram, Kollateralschaden was man so braucht auf jeden Fall, das war's hier jetzt kommen wir zum nächsten Teil wir haben hier hier das ist interessant das ist bei den Söldnern wo wir ja schon aufgeräumt haben und wo war's noch hier hier unten in Fleetown haben wir auch nochmal Mammonsmädchen aber hier oben im Norden Pantra Grail lassen wir die Truppe jetzt erstmal einen Moment ausruhen bevor wir hier weiter vorrücken und dann nach da oben da die müde sind und gehen deswegen zum Alpha Trupp der ja schon unterwegs ist hier nach L12 wo wir auch den Einsiedler vermutlich treffen da gehen wir hin halber Weg geschafft los geht's Sektor verteidigen wo ist hier was los Flohmarkt von Fleetown was kommt denn da da kommt ein Überfallanführer mit seinen Jungs ok ja wir haben nur ein Maradeur ei 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 wir sind angekommen und haben hier dann schon wieder die Aufgabe wir müssen zurück und müssen hier den Angriffstrupp der hier hinten oh der ist der ist bis uiuiuiui da haben wir ja echt viel zu erledigen ok der Alpha Trupp hat dann eine Aufgabe hier müssen wir aufräumen aber ganz dringend aber jetzt geht's zuerst mal in den großen Wald da haben wir jemanden getroffen und tatsächlich da ist jemand auf geht's Contact da ist was wer ist das sichtbare Feinde ein Maradeur ei 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 unfreundlich und ich hatte so eine schöne Gegend erwartet da brauchen wir ein bisschen taktisches Verständnis hier haben wir wieder das sieht entweder nach japanischem Garten aus oder nach Minenfeld dem Spiel traue ich beides zu hier haben wir einen Teich also hier gerade rein wird es nicht sein ok das heißt wir werden den Hitman hier postieren wir gucken ob wir noch mehr Kontakte haben und ok das sieht aus wie ja ok ich bin gespannt der Bär scheint auf jeden Fall gut zu lernen ok ok die andere Truppe geht hier mal aus und oben Hitman ok hier dann Monika von Sondergaard die junge Dame mit der Kalasnikov das werden wir hier oben probieren äh ja da wollten wir genau nicht runter die würden wir hier versteckt halten und die coolen Jungs werden sich von hier angleichen auf echt nur der eine Marodeur das kann ich mir nicht vorstellen dich hier schon wieder Geister wir schleichen uns an ah ne ah ne das ja Uh, are you sure those shrooms were safe to eat? Of course they are. They're gifts from Mother Nature. Anything that is natural is good for your health, right? I don't know, man. I have a funny feeling in my stomach. Ah, you see? That is how fast, good natural food will make you feel better and younger and full of energy. But I don't need to be any younger. Yes, but your organs need to be cleared of toxins. These mushrooms are known to have a detox effect of 178%. That's, uh, a lot, I guess? Absolutely. Considering the junk food you young people seem to be eating all the time. Well, I've definitely never had mushrooms like these before. And you never will again. Mushrooms like these are eaten once in a lifetime. Okay. I mean, they are quite rare. I don't feel very well. Fuck, my stomach hurts like hell. Those mushrooms must be poisonous. Hey, this fucker is trying to kill us. All right there! All right there! Okay. Okay. Okay, wir müssen den Typen mal retten hier. I think I see my chakra leaking out. Okay, die sind erschöpft, aber wir haben eine gute Position. They got my number scooter. Gotta turn things around. Okay, also gut. Wir feuern hier erstmal mit der Granate rein, würde ich sagen. Hier könnten wir gut treffen, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und den... Ja, hier. Bitte fallen, der Marodeur. Einerwicht! Scheiße! Sorry! My chakra is out of balance. Okay, du hast da keine Chance von hier. Das ist schlecht. I got this. Okay, Meltdown hier aus dem... Aus dem Busch. Die sagen ja immer, da ist was im Busch. Okay, da rein, grob rüber. Oh! Hitman! Nicht? Okay. Okay. Kill one of us, and we kill ten of you! Oh! In den Einsiedler, das ist schlecht. Well now, it's a party! Ah, nee, den wollen wir nicht. Wir wollen den hier. Oder den da hinten. Das ist vielleicht noch besser. Normal. Das ist das, was du kriegst, wenn du sch*** für Brains hast. Got it, Ace. Chancen me making this shot are slim and none, Ace. And Slim just left town. Right on! Be the bullet. I think that guy is bucking for a promotion, Ace. Yeah, der war gut. Ready to roll. Vor! Playing rubber! Der Rücken, vor! About to drop the hammer on this one. Freak, John! Go ahead and give yourself a round of applause. You earned it! Yeah, and Moni. I have to do that. 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 Meltdown here! And another meltdown, Jessup. Watch me put this one down like a sick dog. Nope. You sure know how to pick him, Ace. I think there's just one left, Ace. Is the next one? Normal. Hitman Hennessy. Someone is gonna have a bad day soon. We have him! We have him! Very good! And I think, that's have we done well done. It's me, Thor! We can do the Einsiedler here. Okay. Yeah? Sure! Boss is around! Yeah? Monica Sundergaard here! And Thor with the Einsiedler. That didn't go quite as expected. The mushrooms must have lost their kick. Those bandits should have fallen asleep and never caused that much trouble. I guess I'll need to gather some fresh supplies. Okay. You're the life coach for the Legion. I did give them a valuable life lesson, even though their lives didn't last for very long. However, I have no pity for such bandits ever since people like them burned my home ten years ago. I am a life coach too! The power of positive thinking can unlock so much potential! Well, I use mushrooms to unlock potential hallucinations, but yeah, kind of the same thing. What? No. Why would I? Anyway, I know well enough which mushrooms and herbs are usable in what way. I don't need help, but thank you for asking. Yeah. I'm just a old man with a lot of free time for reading. Besides, I live close to nature, which means I developed a good understanding of which plants are good for tea and which ones shouldn't be used to wipe your ass. I can give you some medicinal herbs, if that's what you're looking for. You still trust me after what happened to those bandits? Kind of. Boah. Good for you. Here. Help yourselves. These flowers have anti-inflammatory properties. And this beauty here is a powerful painkiller. Chewing just one leaf will help you smile away the pain for a whole day. Sehr gut, mein Freund. Und du bist? I'm a simple Hermit who had enough of modern life. And decided to start living in peace and harmony with Mother Nature. Ich glaub, ja. And when modern life sends troubles to me, toting guns and trying to look mean, I go ahead and life coach them to death. Life coach them to death? I am not 100% sure you are using that term correctly. Erm. I'm a simple Hermit. I did give... Remember? Nope. I've never eaten an asshole. Indeed. This is why I only eat properly prepared and well balanced dishes. So, erhaltene Gegenstände. Es gibt noch mehr über den Einsiedler in Erfahrung zu bringen. Ja. Müssen wir ja mal schauen. Wir wollen ja beweisen, dass er der... Erstmal haben wir den Apple a day. Erhöht Gesundheit. Oh, er ist schon fit. Norma kann das aber brauchen. F&A! I reckon I'm even more of a badass than before. Wir schauen uns hier mal um. Lifecoats with an axe. That's what I'm talking about. Okay. Hat mit der Axt hier an einem Söldner gearbeitet. Oder an einem... Haben wir hier ein schönes 7,62er und eine Kalaschnikov. Die Kalaschnikov ist Schrott. Die Hose ist Schrott. Aber die... Immune ist gut. Und das Medipack auch. Ansonsten, was haben wir hier? Ein Thor kennt sich mit sowas aus. Ich bin eher überzeugt, dass die Fungible-Datapoints zeigen, wie viele er schnöselt hat. Und die Non-Fungible sind diejenigen, die nicht zu schnöseln zu schnöseln sind. Es ist ich, Thor! Wir finden schon raus, dass du der reiche Schnösel bist. Right on! Aber hier ist noch was zu plündern. Ohne Jacke. Lackrüstung. Norma hat eine leichte Tarnrüstung. Die ist auch okay. Dies ist schon weg. Was geht da hinten noch? Hier haben wir Zeug. Großartig! Bin wir nicht intelligent genug. Wo ist denn unser Tor? Right on! Because I do not fear success, I have found it waiting for me. I'm becoming almost too good. Parkour. Das ist, ähm... Beweglichkeit. Norma, ne? Beweglichkeit. Rohre. Können weg. Dann haben wir da was zu hacken. Das ist am ehesten was für Nails. Wenn sich einer damit auskennt, dann Nails. Infos für großer Wald. Und hier aber noch... verschlossen. Wir bräuchten was zum öffnen. Da hatten wir doch schon mal das Thema, dass uns die Brechstangen hier gerade ausgegangen sind. Ja, ja. Gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter rum. Every journey begins with a single step. Wir hatten Leiden und Steinkreis, da war noch was, ne? Let's make tracks! We're on our way! Yeah, okay. What next? The positive vibes of the Mandalas make me feel like I can improve other people's lives. Okay. Monica Sundergaard, here? Take a deep breath. And release. Was ist noch Zeug? Oh, guck mal da, da hinten. Da hakt welche erwischt. Glaub das sind die, die nicht so viel Glück hatten. Ja? Boah, guck mal. Someone didn't eat their mushrooms and got the axe. Yo, der hat Pilte. Da ist das Ergebnis der Pilz. It's me, da! We're moving. Sounds good. So, ich glaube, wir wissen ja, wer der Einstiegler ist. Also, wir wissen's nicht, aber wir vermuten's. So. Would you like to try my special mushroom stew with exotic herbs? It's a once in a lifetime experience. Ähm. Pilzeintopf essen? Klar, warum nicht? Haha. Here, have some. Hope you don't mind using my spoon. I just have the one. Yeah, yeah, yeah. Wer bist du wirklich? Wir wissen, das ist nicht der erste Eiger. Indeed, it was not. After decades swimming with sharks in big corporate business, deceiving a bunch of third-world criminals into poisoning themselves every now and again isn't even a challenge. And much more rewarding. Yeah, wer bist du wirklich? Well, I'm certain who I am not. I am no longer Mike Ditch, the CEO asshole. Now I'm just a hermit who enjoys the simple pleasures in life, such as poisoning those bandits and then lecturing them about the benefits of a healthy lifestyle. Right on! Don't live in denial of a healthy lifestyle. Is one of my mantras. Since people like them burned my mansion across the river and killed everyone, I decided to drop everything and just retire here in the jungle. Aber der Butler lebt noch. Dein Freund, der Butler, werden gerettet. My dear Mr. Lufando is alive? How is that possible? I thought that the mansion was in ruins. Do you think he would like to come visit me? I don't think I can go back to that sad place myself. Don't know. Well, you're gonna owe him a shit ton of back pay, that's for damn sure. Well, we're taking the Butler away. You were my CEO. Why, yes. I worked for a diamond industry giant. We were prospecting the diamond deposits along the Ajani when the civil war broke out. I lost my family in the fighting. After that, I just dropped everything and walked away. Okay. It's to Corazon Santiago. Now we can hear something here. There's something else. That who hired you? She's in charge now, huh? I guess that figures. She was my assistant for a while. Very ambitious, very promising. I never liked her. Okay, also for Corazon and Santiago. Oh, you know them. Well, let me see if I can put two and two together here. They're trying to get back in business and they hired you to do the heavy lifting. I've been wondering how involved they were in this mess with the Legion. They're all kinds of sketchy, but they pay good. So, who the hell cares? Truth be told, I don't really care. I walked away from Adonis and I plan on staying away. Stay healthy! Okay, we're going. With my help, you will find a greater sense of purpose and meaning. You just need to believe in yourself and, moreover, to invest in yourself. And what better investment than life coaching? The outcomes of coaching can be life-changing. Trust me and you will feel as successful and content as all of my past clients, such as Mr Pangloom from Bianshan, who achieved inner peace and utmost fulfillment of his life goals. Okay, Mr. Ditch. Try this team. Nee. Den Tee trinken wir nicht. Aber die Truppe hier ist erschöpft. Und wir werden jetzt hier vermutlich 12 Stunden erstmal nix tun. Ansonsten, die Truppe wird hier ausruhen. Und dann, hatten wir hier noch irgendwie den Geist und hier müssen wir die wieder loswerden. Und dann können wir hier ins Anwesen und nebenbei noch den Außenposten. Das wird so das Aufgabengebiet von Charlie-Trupp sein. Aber jetzt haben wir erstmal Pilze und Eintopfvergiftung. Aber 300 Erfahrungspunkte bekommen dafür. Insofern, immer schön. Aber das war's für heute. Wir erholen uns beim nächsten Mal. Geht's im Norden weiter. Bis dann. Die Rufst eyeshadow. Die Rufstestones. Bis bald. Vers 35